Microsoft Publisher Gestaltungsregel 6 Gestalten Sie gleiches gleich. Dazu gehören Farben, Formen, Ränder, Abstände, Einzüge und so weiter. Wir haben ja bereits diese drei Themen auseinander gebüschelt. Hier der Titel, der soll also gleich aussehen. Was, wie, wo, das steht hier irgendwo dann in der Mitte, das soll gleich aussehen. Und hier die Reservationsmöglichkeit, das soll auch gleich aussehen. Ich beginne mit dem Titel. Da nehme ich noch etwas aus dem Titel raus. Ich nehme diese 80 Franken, ich markiere sie, packe sie und stelle sie noch zur Seite, denn damit will ich hier einen roten, leuchtenden Bang, man sagt auch einen Störer am Schluss einfügen. Also habe ich hier den Titel. Ich schreibe den Titel ein bisschen grösser, der soll hier bis an den Rand kommen. Ich versuche es mal mit grösser machen. 22 und so weiter, geht noch mehr, noch mehr, noch mehr. Jetzt ist es 36 Punkte und jetzt 48. Das ist ja jetzt definitiv zu gross. Ich mache mal das Feld ein bisschen grösser. Also ist 48 zu gross. Ich kann ja von Hand hier oben auch die Zahl eingeben. Ich probiere es mal mit 40. 40 und es ist immer noch zu gross. Ich lösche das. Ich mache mal 38. Nicht schlecht. Jetzt schaue ich mir das noch genauer an. Ich möchte mich führen lassen von dieser blauen Linie. Wir sagten vorhin, das sei die eine Führungslinie. Und die Vorstellung, die Leute lesen das in Z-Form, das ist die andere. Also ich mache mal mit Ctrl und am Mausrad drehen die Ansicht grösser. Ich stelle mal das Textfeld so weit nach links. Bis das R hier bündig ist mit dem blauen Strich. Und ich zupfe am Textfeld hier. Ich mache es mal zu gross. Und jetzt sehe ich, ja, das N berührt ja noch gar nicht die Linie hier draussen. Ich könnte also durchaus das noch ein bisschen grösser machen. Vielleicht sogar 39 Punkte. Und jetzt düngt mich das gar nicht schlecht. Von hier ganz links ganz nach rechts. Und ich möchte das tatsächlich rot schreiben. Es steht hier ja Rothaus. Ich versuche es mal mit Knallrot. Das hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu knallig. Ich breche dieses Rot ein bisschen. Ich nehme leicht eine andere Farbe. Ich gehe hier zu weitere Farben. Hier hätte ich etwa 100 zur Auswahl. Und bei Benutzer definiert kann ich hier den Farbregler auch noch verstellen. Ich setze den mal auf diese Seite hier. Und natürlich kann man auch hier unten sogar das Rot oder irgendeine Farbe ganz präzise einstellen. So, wie man das irgendwo gesehen hat. Zum Beispiel so. Und da nehme ich noch Blauanteil 50. Etwa so. Und dieses Dunkelrot, das nehme ich nun. Ich sage OK. Klicke daneben und sehe, dass es jetzt für mich ganz anständig wirkt. Da durchbreche ich eine Regel. Dass sämtliche Einnahmen gehen ans Rothaus. Das mache ich ein bisschen kleiner. Ich versuche es mal vielleicht mit 16, 14. Ich lasse es mal mit 14. Natürlich ist es jetzt noch zu weit weg vom Rothaus. Das möchte ich noch näher ans Rothaus stellen. Aber hier dazwischen hat es ja keinen Leerschlag. Also muss ich hier den Absatzabstand nach diesem Text verringern. Ich gehe hier drauf. Zeilenabstandsoptionen und ich bestimme hier. Der Abstand nach dem Absatz, der sei. Ich probiere es aus. Vielleicht 0 Punkte. OK. Hm, genügt noch nicht. Wie kriege ich nun den erklärenden Text näher ans Rothaus? Das geht nun wirklich nicht. Ich packe den einfach. Stelle das mal daneben. Und jetzt ist das ja ein Textfeld für sich. Und jetzt kann ich völlig unabhängig vom Titeltextfeld, ich mache das hier ein bisschen kleiner, hier meinen erklärenden Text hier hinstellen, wie ich das gerne hätte. Und so nah heran, wie ich das will. Also ich bin so völlig unabhängig. Ich schaue hier noch auf das S, dass das dann schön an die blaue senkrechte Linie kommt. Vielleicht so. Jetzt gehen wir zum Textfeld hier in der Mitte. Das soll natürlich auch einheitlich aussehen. Also stört hier das Fett und Kursiv. Hier oben habe ich die Größe 20, Century Gothic, nicht Fett. Also ändere ich das Page 4 auch auf Century Gothic 20, nicht Fett und natürlich auch nicht Kursiv. Jetzt sieht es gleich aus wie das andere. Das mache ich noch ein bisschen grösser. Ich möchte da noch etwas ändern. Das ragt jetzt da weit hinaus. Ich mache hier eine Zeilenschaltung. Ich mache das einmal. Dann ist aber der Absatz zu gross, weil eine normale Zeilenschaltung ja ein Absatz ist. Ich gehe mit Backspace wieder zurück. Ich möchte nicht einen zu grossen Abstand. Ich drücke also Shift und Enter. Jetzt ist es ein bisschen näher zusammen. So gefällt mir das. Dann kommt die Unterhaltungsband. Auch hier möchte ich eine Zeilenschaltung nach 2015. Denn diesen Platz hier hinten möchte ich frei halten. Auch hier Shift drücken. Enter. Und das Komma braucht es jetzt nicht mehr. Ich lösche das und an den roten Tupfen anmerke ich, es ist da der Gröfli Keller nach unten gerutscht. Ich stelle hier den Cursor hier nach oben, mache einen Leerschlag und drücke die Delete-Taste. Dann kommt der Gröfli Keller wieder zurück. Das soll also gerade so in der Mitte bleiben. Dann kommen wir zum dritten Text hier unten. Das ist ja die Reservation. Das darf durchaus ein bisschen kleiner sein. Das möchte ich nachher ins Bild hineinsetzen und eine weisse Schrift wählen. Ich mache das jetzt einfach einmal grau und am Schluss mache ich es dann auch noch weiss. Und die Schrift darf kleiner sein. Ich wähle mal hier 14 Punkte. Ich schaue mal, ob das genügt. Ich lasse das einmal so. Ich schaue dann das nochmals an, wenn wir das Bild haben. So, es geht zur nächsten Regel.